Also es war sensationell, die Akrobaten waren super, die ganze Performance, der Gesang und das Essen war auch großartig, die ganze Kombination war einfach fantastisch, ich kann es nur weiterempfehlen. Ja, das ist ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk und ein Neujahrsgeschenk, weil die meisten Leute wissen nicht, was sie Silvester machen sollen und man hat ein tolles Programm, man hat gutes Essen und man hat eine wunderbare Unterhaltung, also besser geht's gar nicht. Vielen Dank.